es geht mir jetzt überhaupt nicht ein das verstehe wer will also das war jetzt echt lächerlich ja keine ahnung was das für ein scheiß war leute aber normal müssen wir das da mehr upgraden ja das geht man jetzt richtig am sack ehrlich gesagt weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet das geht schon ins lächerliche in dieser runde darauf zu gehen level 32 ist absolut lächerlich also das passiert uns normalerweise nicht keine ahnung was das für ein schwachsinn war kann ich nichts dazu sagen keine ahnung tower waren normal aufgebaut wo war das problem gibt mir nicht ein haben sie dich vervielfältigt irgendwie oder was so nicht normal so we've 7 und das da das war jetzt echt leicht lächerlich so we've 8 wir holen wieder auf kann es ja nicht sein hier we've 9 we've 10 we've 10 we've 11 leute so wir müssen jetzt hier bisschen mal was machen weil sonst gehen uns die durch ein arsch ist schon schon durch na gut einer ist jetzt nicht so schlimm jetzt warten wir hier wieder ab damit man mehr kohle kriegen wiff 12 und wiff 13 wiff 14 und wiff 15 wiff 15 65 runden haben wir insgesamt wiff 16 schau mal was gibt es hier gut dann machen wir das hier damit nicht wieder was durchgeht irgendwas ist und sehe ich schon wieder durch glaube ich oder täusche ich mich keine ahnung ich glaube wir sind noch nichts durch wiff 18 wiff 19 wiff 20 wiff 21 wiff 21 so jetzt können wir hier wieder was machen wiff 23 wiff 24 wir nehmen das da wir haben jetzt noch mal wieder in den Wir machen das schon, Leute. Wir lassen uns den Foppen hier. Wave 27. Das Upgrade hier. Dann kriegen wir mehr Leben zurück auch. Jetzt haben wir 206 frei hier oben. Ja, 5 pro Runde kriegen wir jetzt schon. 5 Leben mehr. Das ist wegen 5 Upgrades. 1. Beziehungsweise die Grundstufe zählt auch als 1. Wave 29. So, Wave 30, Leute. Stahlbloons. Und wir haben das Upgrade. Die dicken Spikes. Die können uns jetzt mal. Nochmal verarscht uns hier keiner. Wave 31. So, nächste Runde ist wieder diese schwierige. Ich möchte jetzt einen Supermonkey. Wir lassen uns nicht verarschen. Supermonkey kommt jetzt her. Wave 32. Wie viel brauchen wir? 3,5. Okay. Sollten wir bald haben, so wie das hier ausschaut. Haben wir. Wunderbar. In die Mitte. Und wir nehmen das rechte Upgrade. Denn man macht da mal nichts kaputt. Wave 33. Wir sammeln jetzt wieder ein bisschen Moos. Wave 34. Wave 35. Ja, diese Regenbogenlinge sind gefährlich. Und jetzt werden auch Keramics dann gleich kommen. So, jetzt nehmen wir nur das. Und jetzt müssen die Tower ausgebaut werden. Sonst haben wir ein Problem. Vor allem der Supermonkey braucht hier ein bisschen mehr Schmack, gell? So, den hat er aber gleich. Wir kriegen ja hier schön Fettkohle. Okay, haben wir 3,5 Leute. Jawohl, haben wir. Wave 38. Wir sehen jetzt langsam geht's. So, gegen Stahlblons kann er noch nichts machen, der Supermonkey. Aber bald. Wir abwenden hier jetzt schön. So, dabei geht's noch. Wir kommen klar. Wie viel brauchen wir? 9.000. Das ist dann doch einiges. Wave 41. Wir brauchen jetzt schnell Kohle. So schnell werden wir die nicht kriegen. Wenn wir den ausbauen können, passt's. Ja gut, wir haben noch nicht mal die zweite Stufe, sehe ich hier. Dann machen wir das so und holen uns noch einen Tower. Die Frage ist, welchen, 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 welchen? Mal mal jetzt gut überlegen. Etwas gegen Bosse braucht man. Was nimmt man gegen Bosse? Vielleicht das rechte Upgrade von dem hier. Aber das ist auch so aktivierbar. Das ist nicht so viel. Wir nehmen hier das rechte von dem Bombentower. Den lassen wir auf den stärksten. Und die rechte Seite. Das ist speziell gegen Bosse. Ja, das sollte dann doch helfen. Ja, gegen Camonflux haben wir noch nichts. Merke ich gerade. Das ist auch nicht so, der Birne. Ruf 43. So. Zack, haben wir das Upgrade. Und mehr geht eh nicht. So. Vielleicht noch ein paar von denen. Dann geht's richtig gut. Wir brauchen 9.000. Dann können wir den Supermonkey wieder upgraden. Das hat sicher auch Sinn. So, wie sieht es jetzt hier aus. Das lassen wir noch. Wave 45. Schauen wir mal, wie sich die Rakete da verhält beim Boss. Und ja, dementsprechend werden wir uns auch verhalten. So, da ist der Boss. Da ist er tot. Supermonkey hat aber einiges zu tun. Aber es geht. So. Ich glaube, wir können den Subgraden. Jawohl. 9.000. So, rechte Seite schnappen wir uns. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt sind wir aus dem drücksten Schneider. Unser einziges Problem gegen Camonflux macht man nur nichts. Und das könnte ein großes Problem werden, wenn viele davon kommen. Denn der einzigen ist die Spike Factory. Die werde ich jetzt auch upgraden als nächstes. Die kann die Camonflux aufhalten, sonst niemand. Moment. Wir könnten den hier nehmen. Der geht auf Camonflux. Der ist ja nicht so teuer hier. Aber da warte ich noch kurz und dann können wir den gleich hier machen. Das ist so sauber. Ja, ohne der aufgefahren hat der Schweinepreise hier. Aber das kriegen wir hin. Wave 49. Wave 50. So, die Bosse sind auch kein Problem mehr. So, jetzt haben wir das Upgrade hier. Das ist natürlich auch super. Zack, boom, bang. Wave 51. Wave 52. Der Supermump geht ja fetzt ja alle weg hier. Das läuft supi-dupi. Wave 53. So, jetzt kommen die Camonflux hier. Aber die kommen nicht durch. Spike Factory vor die Waffe. Wave 54. Wave 55. Kommt zur Stoßweise. Das hilft aber auch nix. Die kommen nicht durch hier. So, wir haben wieder genug Geld. Dann kaufen wir das da. Wave 56. Jetzt gibt's Cash. Wave 57. Einen Sniper könnte man nur die linke Seite upgraden, der was auch die Bosse platt macht. Wo ist er? Sniper? Wo bist du? Hier. Auf den stärksten. Zack, 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 zack. Und dann machen wir das. Der stoppt auch die Moabs dann. Aber den können wir ja so lassen auf diese Stufe. Stufe 4. Auch man erinnert von ihm. Schießt auch schön die Blooms ab da teilweise. Das haut schon hin. So, Wave 59. Und was wir jetzt noch machen? Einen Flugzeugträger. So, da, da haben wir ihn. Zack. Wave 60. Das hilft mit Sicherheit auch. Wave 62. Die gehen auch auf die Camon Flags hier, diese Flugzeuge. Natürlich auch supi. Wave 63. Oh. Da hat sogar der Supermanke was zu tun jetzt. So ein Stoss, aber es geht. Die kommen noch damit klar. Die Flugzeuge machen auch einen super Job. Es läuft. So, was können wir noch machen? Ich werde jetzt wirklich den nehmen, falls noch Camon Flags kommen. Und die linke Seite. So, jetzt haut er richtig rein hier. Der haut gleich 5 Sterne raus. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Der haut so richtig rein. Wave 65. Die letzte, Leute. Die letzte Wave. Dann haben wir es. Und es sieht gut aus. Wenn man das mal so sagen darf. So, wo ist meine Maus? Jetzt finde ich die Maus nicht mehr. 25.000 werden wir nicht mehr zusammenkriegen. Sonst hätte ich gesagt, wir abgraben den nochmal. Aber klar haben wir es geschafft. Und geschafft. Und geschafft. Die Herausforderung ist gemeistert. Jawohl. So. Und wir gehen wieder shoppen. Ein paar Sterne für die Upgrades kaufen. Wie viel haben wir? 10. Ja, da können wir doch mit was anfangen, Leute. Da hinten reicht es nicht. Aber vorne glaube ich, habe ich gesehen, dass ich 10 brauche. Warten das hier. Und zwar. Wir haben 5% schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Jetzt machen wir 7. Und als nächstes 9. Jawohl. Ist nur eine Kleinigkeit. Aber es hilft. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020